Hallo und Moin Moin Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK Ja, wir sitzen schon auf unserer Rechse Wir wollen jetzt mal ein, zwei Höhlen aussuchen und uns ein bisschen mit Artefakten eindecken Wir wollen den einen oder anderen Boss noch machen So, und damit ich euch besser ertragen kann öffne ich erstmal eine schöne eisgekühlte Dose Corona Extra Corona Extra Ein schönes Bier aus Mexiko Oh Ich trinke auf euer Wohl Und unser Scout der Weißbundin geht Der Pfarrer soll Okay, hallo und Moin Moin Oh, wir latschen jetzt hier mit unseren T-Rex mal los Und wir müssen ein paar Artefakte besorgen Und wir müssen die drei hier auch noch ein bisschen leveln Und ein bisschen Unordnung schaffen hier auf der Insel Dodo Haps Dodo's zu killen bringt nix Ne, da nehmen wir doch mal gleich die beiden hier Oh, ich drüben, ich falle jetzt um Oh, ein Klopotein Ach nein Oh, kein Klopotein Komm her Lass dich knabbern Ja Ich geh hier nicht vorbei Das ist mir zu weit Ich glaube, wir sind bestimmt wieder böse Dinger drin Äh Ich glaube, ich geh jetzt mal gar nicht schon rüber Äh Perpidus Äh Wir sind doch bestimmt wieder irgendwelche Oh, ja, da unten kommen sie schon an Gedanken Ja, das ist aber kein, äh, Mario nix hier, ne Denk bitte dran Ich bin trübelt, ich bin trübelt Beschafft Yippie Oh, alle erst start Komm her, du Happen, du Zack Ich hab hier Ja Oh, die sind überhaupt nicht zu lecker Knabber, knabber Ein Dodo Ey, wo seid ihr denn? Moment Man sieht die Fahrer des, der, des großen T-Rex-Chor nicht Also ich sehe dich Warte, ich muss das mal raus Wie du auf deinem kommigen T-Rex da hängst Bisschen Bewegungsgeschwindigkeit mache ich als erstes So Bisschen schneller werden hier Also Ziel sollte Bewegungsgeschwindigkeit 300 sein Ja 172 habe ich jetzt Ach, entschuldige Äh, fress ich dir gehört oder fress ich dich nicht? Oh, wir fressen nicht mich Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Welche Höhle? Äh, bei 81, 53 circa Ach die Ach die, okay Also schon Dann gehen wir zu der da oben Bei der, gegenüber der Pflanzenfresserinsel Ja, Schettinöle, genau Ja, okay Kann losgehen Äh, so Nein Ich tippe mal wieder überall rum Ich tippe Ich tippe Obzie Komm her du Bist du erwähnt Hapten Aufgefressen 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 Oh Oh, noch ein Koko Äh, nee Nichts Koko Schildi Komm her Schildi Du musst nicht Ram, Ram, Ram Ach, aber Du schaffst Komm her du scheiß Hai Hast du einen Hai beim Wickel? Ja Ja, Spocki erledigt Äh, wenn er mir meinen T-Rex hier anknabbeln wird Kann ich ja nicht zulassen Äh, ich mache gerade einen Schlenker Zu den, äh, Bibern Für zu Mennen Jo Wir können ja weitergehen Du kannst uns ja einholen Genau Das, Spino, willst du gekillt werden? Vormehr, du Du kannst ja das aussuchen, ob du gehen willst Nein, du willst nicht Dann ist der andere Knabber Du fress dich auf, ey Ah, weinung Oh, ich werde erstmal ein bisschen leveln Jo, mein, das ist auch gerade aufgestiegen Das zertrampelt ja alles Sehr zu schwer Okay Was können wir denn noch leveln? Ah, sieben Punkte Sehr schön So, alles auf Geschwindigkeit erstmal So Aha Sag mal Sag mal Ihr habt wohl gerade abgebohrt Einen kleinen, ja Hä So Ich bin das müde Tchü Jippie Aufgefressen Glaubst du Klaas, Bock? Na ja Ich musste nur gerade hier die Biberbhütte suchen Aha Aber er ist gefunden, oder wie? Gerade getan, ja Heh Ich bin das Müde làm Geht Oh Ich bin es Geht Ich bin da Im Holz Oder Au Geht Das Geht C Geht Oh, wollte ich die Platte treten? Ich will doch mal Platte treten. Guten Tag, ihr Dodos. Ich weiß nicht, ob das nicht hier schon war. Ja, wir sind eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Okay. Geht doch mal aus dem Weser. Jetzt fresse ich die Stuben, das darf ich dir. Der braucht aber schnell weg, ruhig, der ist aber schnell weggepappt. Zahnstocher. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel weiter gehen, man. Wir können ja den Wald umnieten. Du gehst jetzt durch den Wald durch, ne? Mhm. Ach, das ist ja bei dieser komischen Schlucht, ne? Genau. Genau. Ich fress mich jetzt hier einfach durch. Komm, hau weg den Baum. Oh, hier ist noch was zu finden. Hier ist noch was zu finden. Guck, ob wir den schon haben. Hier ist noch ne Kiste. Nummer 12. Rockwell. Ich glaub, die hat man schon. Hat man schon? Hops. Ach, du bist ja auch da. Wer hat denn da? Äh, Kusach. Ja, die hat man schon. Alles wegfressen hier. Alles wegfressen. So, egal. Auch du das. Hat sich mein wie ne Huhn. Oh, fressen wir den Weg hier durch. Vielleicht sehen wir ja noch was, was wir hier nicht entdeckt haben. Einmal vorne, Loni. Kann auch nicht so weit weg hier sein, ne? Ne, ich glaub es ist hier unten hier gewesen, ne? Ja. Bist du schon unten? Ja, ich bin hinter dir. Ah ne, hinter Manni. Hops. Manni, stopp, wir sind da. Ja, ich drehe nur. Hinter drehen ist immer mit einem Wendekreis verbunden hier. So. Ah ja, da sind wir doch. So mein lieber Rex. Oder Rexi. Ja. Ja. Bis auf. Ja, mein Name muss ich jetzt erstmal richtig erholen. Das schmeiß ich jetzt mal hier rein. Da kriegst du noch ein bisschen. Ja, 6500 sind es erst. Ich vertraue mich nicht, den nochmal zu leveln. Wenn der hier jetzt rumsteht. Ähm. Vielleicht sollte ich das einfach nochmal wagen, ne? Ja. Ja, gut. Müsste klappen. 11.000 habe ich jetzt. So. Oh, Wasser. Wasser. Von oben. Ähm. Oh, ich wünschte ich hätte jetzt auch Wasser, Leute. Das ist nämlich verdammt Heus heute. Äh. Realmeidig. Wieso hast du kein Wasser mehr im Haus? Doch. Ich habe mehr als genug. Ich glaube hier haben wir acht Kissen stehen. Doch, trinken kann ich ja. Ich schwitze trotzdem. Wie blöd, weil ich hier nichts aufmachen kann. Richtig. Und wenn, dann hast du ja die Wärme erst richtig drin. Ich habe 5 Grad weniger als draußen. Nur der Unterschied ist halt, da draußen sind 35 Grad und hier sind 30. Seid ihr schon drin? Leute, wartet doch. Ich? Ja. Wartet doch mal. Ich auch kommen. Ähm. Ja, die Gewitterhexe. Ekelhaft. Ja, die hat extra ihren Hut aufgesetzt. Ja. Ziel. Wo ist der Manni? Kleinen Moment. Ich komme mal sofort. Muss man eben gucken. Wie habe ich denn angesprochen? Greif Ziel an. Alles klar. Ich weiß gar nicht. Kannst du mal meinem nochmal? Nee, warte mal. Ich guck mal eben selber. Rex, wie weiß ich jetzt gar nicht. Greif Ziel an. Alles klar. Auch gut? Ja? Okay. Gut. Ach, die verdammte Fackel habe ich wieder vergessen. Ich habe keine Fackel mit, Leute. Arbeit mit Profis. Hast du doch was? Eine? Ne? Na gut, dann mache ich die Fernschüsse. Hier war glaube ich Spinnen, ne? Spinnenviecher. So. Ich laufe immer noch hinterher. Ist man hier eigentlich doch da? Äh. Ich bin hinter Spock. Ich fass auf euch auf, hinter euch gleich. Ja, ist gut. Äh. Bis sie wieder überladen, ja? Quatsch. Könnte mir überhaupt nicht passieren, sowas. Ist klar. Wenn ich jemals in meinem Leben schon mal überladen wäre. Ja. Den haben wir. Was war denn das? Das war einer, der an der Wand klettern kann, glaube ich, ne? Wollen wir auf Spock warten? Äh. Aber ich höre hier ekelhafte Geräusche und ich will gucken, wo sie sind. Ich glaube, die sind hinter der Wand. Ja, unverschämt. Geht einfach mal. Ich bin da. Ne, weil wir sind hier an der Kreuzung. Ja, klar. Ja, deswegen sag ich ja. Geht einfach mal. Ich bin da. Okay. Ach, ich weiß auch den Zaubererhug aus. Ippi. Ich will auch was kalt machen. Ja, komm her. Pieks, pieks, pieks. Oh, ich bin lila. Ey. Ippi. Mach jeder mal. Oh, die Kiezen haben wir alle. Ja, die haben wir alle, ja. Ja, die müssten wir eigentlich haben, ne? Ich gucke auch lieber nochmal. Wir haben das hier. Die Kaprosochus. Okay. Okay. Ich weiß hier immer, wo das auch ist. Ach, die kriegst. Uuh. Hier ist noch eine Kiste, genau. Helena, Notiz 12. War das im Wasser hier? Nö. Entschuldigung, Leute. Wieso komme ich denn hier nicht durch? Ich bin nicht doof, oder was? Nee, komm hier zu uns hier. Hey, wo willst du hin? Ich bin schon da. Ich bin immer neugierig. Ah, Vorsicht, spinnenvieh. Fuck. Jetzt hat mich das Vieh donner reingübt. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Spinnennetz. Jetzt weg. Moment. Mussten wir hier nicht? Ich war eigentlich immer der Meinung, wir müssen jetzt was erliefen. Das hier, okay. Scheint aber nicht da zu sein, ne? Oder sind wir noch nicht an der richtigen Stelle, Spock? Wir sind aber nicht an der richtigen Stelle. Okay. Ja, das ist doch Grafik. Oh. Ja. Hey, was? Komm her, du Vieh. Ich mach euch alle, alle, alle. Oh. Ich hab doch noch was gehört. Ich geh mal lieber zu den anderen. Ja, es ist ein bisschen dunkel heute. Also, es ist halt eine Hülle. Ich geh jetzt eine Hülle. Oh, so schön viel Metall. Das kann meine Rexi noch nicht tragen. Mitnehmen würde ich es ja gerne, aber... Ah, hier scheint es zu warm an. Jo, es war Bert. So, krieg ich sie. Mussten wir nicht da, irgendwie? Bei dem Licht? Wo war das bei der Sackkasse? Ich brauchst nur eine Sackkasse, ne? Ups. Ja, Leute, wir reden heute nicht sehr viel. Ist aber einfach der Hitze geschuldet. Ich hab's mir vergetan. Ich hab's mir vergetan. Ich hab's mir vergetan. Das Reden dabei. Puh. Trotzdem wollten wir ja unser Spiel spielen. Alles tut tief. Wir sind ja nur komzentriert. Ja, ich bin da nicht rein. Das ist ja Wasser. Aber ich... Ja, da wird ja nicht mal wieder gewaschen. Mann, die Füße hab ich doch alles zu waschen. Ippie. Pee. Warte, ich bin mal wieder mit euch fertig. Komm her, du. Ich mach... Ich bin takkertig weg. Oh, mein. Nö. Ich bin so verklebt. Jetzt nicht mehr. Aber ich glaub, wir sind richtig, ne? Ja. Ich hab irgendwas gehört da drüben. Das wird sich aber gar nicht anwenden. Pulmonoskorpius muss das noch sein. Pulmono. Ich seh es. Ich seh es. Oh, ja. Wie kam er da rüber? Das ging einfach nur... Ich nehm mal zuerst, ne? Ja. So. Dann haben wir den Jäger auf jeden Fall. Okay. Jäger hab ich. Der zweite kann... Manni, weite deines Amtes. Jupp, jetzt weg. Genau. Oh, ein Lämpsche. Oh. Ich folge dem Lämpsche. Endlich ist mir ein Licht aufgegangen. Oh. Oh, Mensch. Geh ja spach. Moment. Oh, ich kann inzwischen auch ganz gut kämpfen, glaube ich. Das war die Sackgasse. Ich piek sie. Das war die Sackgasse. Äh, genau. Da kamen wir nicht hoch, ne? Oder rechts davon. Ne, wir mussten irgendwie... Äh, zu dem Baum nach oben. Ähm... Ah ja, hier. Entschuldigung, Leute. Wie ging das Mikro? Machst du schon wieder Randale? Ja, ich muss ab und zu an die Nase fassen. Ich trinke das Bier und du machst Randale. Tja. Äh, Krabball, Lotte. Bist du tot? Null. Ich bin nicht tot. Noch nicht. Gleich ist es. Sag ich doch. Wir können das Geratin gebrauchen. Hops. Ja gut, dann hätten wir doch schon mal die eine Höhle zumindest. Also irgendwie fehlt mir hier Schwester Hildegard für die Tiere. Wieso? Wegen deinem Heileffekt. Wegen deinem Heileffekt. Ja. Ja, hier gibt es doch bestimmt auch eine Hildegard, oder? So ein Schwein. Keine Ahnung, wenn, dann ist es im Schneebiom. Ich meine, dass wir die da auch gesehen haben. Sind die denn alle dafür zu gebrauchen? Nö, die Schweine halt. Ja. Na ja, das wird aber vielleicht mal gucken, ob ich mal irgendwann eins mitnehme. Äh, schön fest. Oh, ich sehe den Ausgang. Bö, 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 bö. Hä, he. Hallo, Rexi. Dann bin ich wieder. Stehst du an der gleichen Stelle, das ist gut. Womit, bitte? Ich will nur kurz die Sachen hier. Oh ja, mein Rexy auch. Oh man, du bist aber immer noch eingeschlagen. Deine Gesundheit. Ja, 3, 4. Ich würde erstmal die Geschwindigkeit machen. Huch. Komm, weiter. Äh, lass mich nicht aufhalten. Du blöde Schildkröte, musst du außer Recht vor den Füßen rumlatschen. So, was hast du jetzt davon? Mann, oh, ich werde hier abgedrängt. Ich fress mich jetzt durch den Weinen. Keine Ahnung, wo muss ich denn hin? Das ist scheiße, ey. Jetzt muss ich diesen doofen Stein da wegnehmen, wa? Ich glaub das ja wohl nicht. Komm du. Da hast du. Mist, ja doch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ihr seid. Ich bin voll. Ich stehe noch vor der Höhle. Ich hab meinen F5 zugelevelt. Ich finde den rückwürdig. Ich geh zum Strand runter, wenn ich ihn finde. 1.500 Leben ist ein bisschen wenig. 1.500 Leben ist zu wenig, ja. Ja, er hat 30.000, aber im Moment hat er nur 1.500. Ja, okay, ich bin auch bei Spock jetzt. Ja, meiner hatte auch kein volles Leben. Der ist aber schon, meine Rexy ist schon bei, Moment, ich sag's mal eben. Ja, 3.500 hat sie jetzt drüber. Und, und. Ich hab er für 11.000 hoch. Dafür müssen wir im Moment warten, Spock. Ja, ich hab nur gerade den Biberdamm hier geblutet. Ah, ist ja einer. Ja, jetzt nicht mehr. Den jetzt nicht mal. Ich bin jetzt hier am Wasser und unten am Fluss. Warte mal, wo seid ihr denn? Wir sind einfach quer rausgerannt. Einfach dem, äh, der Flucht gefolgt. Dem Licht gefolgt. Äh, an welchem... Ja, geh ins Licht. Geh bitte ins Licht. Du, ja. Ich guck mal, vielleicht ist er hier am anderen Ende rausgekommen, das, äh, unser Mann. Es gibt ja dummerweise drei Wasser-Dings. Ich geh ja zum Strand. Äh, ans Meer direkt? Ja. Okay, dann gehen wir auch ans Meer. Ich guck, dass ich, äh, äh, 40, 80 gehe. Da können wir uns treffen. Schlapp, schlapp. So, 40, 80, 80, äh, 80, 40. 80, 40. Okay. Das soll gesagt, 80, 40, ja. Äh, das will... Aber das ist zu weit weg von dem, wo wir ihn müssen, ne? Ja, wir müssen nach unten rechts auf der Karte. Erst dieser... Ja, dann gehe ich auf diese, äh, Bucht zu. Dann können wir uns so bei, ne, 40, 50 treffen. Ja, Moment, dann bleib ich mal hier stehen. Ich glaub, das wäre hier... Äh, wir müssen, äh, kommen Richtung, äh, 85, 60. Ja, genau. Wir warten hier. Rechts ist auch schon wieder aufgestiegen. Das braucht man doch gar nicht. Ich gucke mal, ich weiß jetzt, wo ich bin jetzt an dieser Bucht. Dann gesagt, 85, 60 die Richtung. Warte mal, Gewicht. Na, komm, Schaden wäre gut, ne? 200. Machen wir da nochmal ein. Die Ausdauer ist immerhin nicht so wichtig. Siehst du schon jemand, mein S-Böck? Nö, außer deiner, einer sehe ich keinen. Wie gesagt, ich, äh, wir kommen jetzt gerade aus der Bucht raus. Aus dieser komischen. Ja, das Problem ist, man kann nicht sehr weit gucken. Ah, ich glaub, da schwimmt ein T-Rex. Wir stehen am anderen Ufer, genau. Oh, ich sehe es, wie ich komme. Ups, ich gehe da. Wollen wir uns dann erstmal verabschieden, bevor wir weitergehen? Können wir machen. 29er, ja, genau. So, ihr Lieben, dann dürfen wir uns erstmal einmal von euch verabschieden. Wir sagen, schüss, macht gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr gutes tut. Gut, wären Träumchen nach oben. Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive Kritik. Und dafür haben wir euch auch ganz lieb. Und ich trinke doch mal einen Schluck Corona auf euer Wohl. Schmeckt gar nicht so schlecht, das mexikanische Bier. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Macht's gut, tschüss, ciao. Tschüss. Bye, bye. Tschüss und vielen Dank für Abo, Like, die Glocke.